so da bin ich wieder die restarts.com team alternate gegen mango auf die nuke mit team radio bei alternate und ich will hier auch keine weiteren worte mehr schalte bei alternate rein wünsche ich ganz viel spaß wir sehen uns dann nach dem match wieder dann gibt es auch noch mal alternate gegen five agents also viel spaß und bis nachher wir gegen impi ja das ist der der österreicher ich bin hallo wer ist da hallo gesagt hallo hallo jetzt leckt man wieder fantastisch auf diese server er ist besser als der server gegen wir gegen die gegara gespielt haben sind die ready ja man scheint ja so messer aufnehmen so tixo tixo geht vor oder was hab ich gehört also jetzt zeig ich euch mal meine kids hier wenn tixo er folgt dass das ja gerade nicht vorgeht warn on tixo auf geht's lady tixo wir haben was besprochen ne ja na prox hat angst vor ner flash ich hab mir ehn von hinne ich muss tixo zu gucken ich hab mir ehn von hinne tixo ist da ich hab Headshot ich hab auch Headshot ich hab noch 100 warte wer hat stich taux warte ich hab noch 100 lass mich vor oooo so wer ist der messerkönig ja abrox ausnahmsweise heute auch ich glaube er hat echt mit 3 aufgenommen hat gesagt kommt alle im king schnapprox wie vor der bist du das ist nicht gut das ist nicht gut das ist nicht gut Ich hab nen Deft. Ich geh main rein. Ich geh beide main rein, ne? Ruhe. Boos mich mal in die Box, wenn es laces, bitte. Ruhe. Warum einen Step? Vor der Tür? Vor der Tür, Manu. Ziel vor der Tür. Na, das ist, glaube ich, gemutet. Ambe durch. Drei Stück. Einer unter Cat. Ich bin tot. Die wollen Halle gehen. Einer ist noch vor Raum. Die kommen unter Cat. In der Box. Ganz low. Bombe liegt unten. Hat er gepickt. Pitcht oder was? Jungs, wenn ihr das bisschen früher ansagt, dann kann ich auch verschieben schnell, ne? David ist gemutet. Ich war gemutet. Du kannst es doch trotzdem ansagen, Trubel. Ich hab doch gesagt. Als sie schon unterm Cat sind. Kommen ganz ruhig. Ich hol' Diegel. Ich hab' auch ne Diegel, denn. Was gleich für zuerst doppelt zielen, Trubel. Wir gehen Rampe auf Firstfack und die geht auch Halle auf Firstfack. Also nicht ins hin, sondern ihr schleicht vor und so weiter. Wir gleich auf die Kiste, Trubel. Rampraum ist was, glaube ich. Einmal zielen. Nur zwei oder so gehört zum Vorraum, ne? Botte außen. Nice, D-Box. Komm mit Rampe. Vorraum einer tot? Wir holen die Runde. Alter! Hallo! Bombe down, bombe down. Zielen, geh auf die Kiste und zieh. Ja, ja, bin ich. Ganz ruhig. Du auch, Trubel? Ja, ja. Außen einer checken, bitte. Ab und zu. Ich hab' nur die Main, aber... Der kann wieder südflächen, Main, ne? Hedge hat er einen bekommen. Radio, zwei. Ihr hilt jetzt die ganze Zeit. Die Main raus. Oh, ich bin blind. Ich bin blind. Rampe. Cool bleiben. Bombe liegt immer noch Rampe. Halle drinnen. Bombe liegt immer noch Rampe. Der ist Radio schon drin, glaube ich. Zielt ihr zwei, bitte. Ja, ja. Ich bin nur auf Fehler von ihm. Bitte ab und zu unten aufpassen. Einer ist in der Halle. Ja, ich komm zu euch. Du musst da nicht von unten kommen, Trubel. Ja, ich check. Bombes Rampe down, ne? Ich mach jetzt unten. Nichts machen, ne? Nicht reden jetzt, bitte. Nice, Jungs. Hab ich Stopp-Waffe vor? Waffen, noch mehr Headcoppen, bitte. Nein, ich bin sie drauf. Ich hab's da eigentlich. Jetzt kann jemand liegen. Ne, ne? Ja, ich leg dich. Ah, super. Ich würd doch die Ampli-5 nehmen. Die könnten sehr gut kaufen, ja. Ich hab kein Equipment, ich drop. Ne, ich kann Main alles. Ich kann Main rein. Die haben eigentlich Diegels gekauft und sind Halle gegangen. Aber ich geh nach außen, ja, direkt. Vielleicht einmal Tür gegen. Oder war das Rax-Team? Ich lass mal direkt AI bilden. Wo? Warum viel? Bodo, glaub ich. Gekauft. Bodo. Rappelflash. Komm, Rappel. Oh! Ich geb Fanstergang unter Leiten halten, bitte. Stopbox, nur drei Stück Stopbox. Zwei Stück Stopbox. Einer unter Kett, rechts. Ich hab unter Leite. Ah, wo? Eine. Ich hab unten gerade. Wie gesagt, ich geb Fanstergang. Nicht, nicht zu viel riskiert. Ja, ich ziel nicht. Ich ziel nicht. Ich bin alleine in der Eins, ne? Ich hab zwei. Ja. Einer ist unten tot. Defensiver, Manu. Noch einer. Die nächste mach ich, ja? Jo. Linke Seite. Beide Rampe. Beide. Rommedown. Offspot. Ne, da. Schön. Ohne Waffe. Ähm. Jemand anders legen, bitte. Ich leg, ich leg. Ich leg auch. Ich leg auch. Danke. Ich nehm die da vorne, ja. Ähm. Balanced, man. Beim letzten Mal Rampe, äh Halle, jetzt Rampe. Ey Navid, die werden super viel Rampe spielen, ne? Also nicht so viel irgendwie... Außen gehen oder sowas. Mhm. Da kannst du immer noch hin verschieben, dann halt. Ey, drop mal Roman, bitte. Ja. Wo? Rampe kommt. Ja, schieb Rampe. Ey, fick dich doch. Ehehehehehe. Ey Trouble. Ja. Wir spielen jetzt erste Waffenrunde. Ey, ich geh nach hinten nach Westlam. Wenn irgendwas passiert, helf ich dir nicht. Du spielst so, als ob du alleine da bist. Ähm. Ansonsten... Nehmen wir den Rampraum. Ich geh. Walle Main rein. Und dann spiel ich so wie immer. Ich geh vor und blablabla. Immer schön, wir bangen. Die sind immer zu am Anfang mit vielen im Vorraum. Werf mal außen, ich smoke bitte Navid. Egal. Nix runter. Ich werfe, ich werfe. Geh zu. Ich bin Main rein. Ey, da ist ne Box. Hedge. Hedge. Nein, schön. Jeff, die war eh in Box. Ey, kommt. Der Main. Wollt noch ein bisschen außen. Gangen grad die Main-Hits. Gangen grad die Main-Hits. Gangen gleich auf Mini-Cats. Ich komm mit Rampe. Der kommt. Am Raub drin. Er geht, geht, geht. Richtig. Der Box. Der Box. Der Türraum, der Türraum. Noch einer Rampe. Nice, Manu. Boxen. Noch einer, noch einer. Was? Komm mit da vorne vor dem Radioeingang. Wie gefährlich ich da den Headshot? Jungs, die werden, wenn sie Rampe gehen, oft wird einer schimmeln im Haus, ja? Ihr könnt eure Grants, ich hab jetzt nicht auf die Zeit geguckt, aber ihr könnt eure Grants ruhig Ramp, äh, Vorraum reinwerfen, ja? Ja. Also über Main. Immer, ja. Die sind immer im Forum mit vielen. Also waren die im letzten Spiel. Und dann kommen sie halt super auf die Rampe. Trubbel, wir spielen nächste Waff-Runde so, dass, ähm, dass wir Smoken, Bang, und wir spielen darauf, dass eine Rampe rauf reingeht, dann werfen wir da zwei Grants hin. Reise. Tio Bomber down. Ich verschiebe. Eine Radio. Bang Radio. Tio Bomber... Tio Bomber immer noch down. Außen frei. Waffe down. Im Türraum. Hat keine Waffe. Bumble down. Der hat gekauft hier eine, ja? Den ich gepenkt habe, oder was? Die werden jetzt trotzdem kaufen, oder? Kann sein. Ja, die werden kaufen. Ich droppe als Erser, ich geh nicht mehr. Ähm. Wir machen, wie gesagt, wir werden sehr, sehr viel denken, aber gut, wenn einer hausnah geht. Ja, mach ich, mach ich. Wenn die, wenn die alle rushen, bitte mal so eine Flash vor die CT schlagen, direkt, ja? Mach ich. Das geht, ne? Direkt nicht, ja? Äh, ich geh mit durch, ne? Na boh. Kein Radio. Radio HE, komm 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 komm. Ich bang Radio. Mach. Eine tot vor Rom. Ich bang Türraum, warte. Noch in der Box! Achtung, Box auf! Box auf! Box tot, sorry. Box tot, sorry. 2. Ich bang Radio. We load. Ich bin hinter denen. Ich bin vor Rom, Jungs. Ja, ja, okay. Ich push. Im Radio Rom drinnen? Nein. Glaube nicht. Außen vielleicht. Außen. Muss außen sein. Main rein, Main rein grad. Ach, den langen. Oh, Mann. Ich sehe wieder nix, ey. Main ist drin. Wenig Kälte zur Equipment direkt am Anfang der Runde ein. Die sind doch mal Rampe-Garage, der mit der E ist. Also Rampe ist der einzige, wo ihr richtig aufpassen müsst die ganze Zeit. Mhm. Ich bin dritter am Kälte, ich kann schnell Rampe kommen. Ich bleib an der Runde. Ich geb Main. Außen Steps. Er schiebt Rampe. Na. Rampe war Rampe. No. Ich bin bei dir. Bank mal, Bank mal, Box bitte. Deck mich mal, Trubel. Ja, klar. Ach, er sieht mich, Mann. Buskiert was? Geh mit, Manu. Auf dem Vordach ist der. Du kannst ja Bank auf dem Vordach da. Einer down. Noch einer, noch einer da. Bombe ganz low. Siehst du das? Ich hab einen AP. Und der Leiter durch bestimmt. Und der Leiter bestimmt durch. Und der Leiter bestimmt durch. Ich hab einen Leiter. Auf jeden Fall an die Eins probieren zu gehen. Ja, oder unten runter. Ich bin in der Eins drinnen, ne? Ja, wir probieren mitzunehmen. Scheiß auf Eins. Scheiß auf Eins. Ah. Jetzt alle kommen. Main. Ich bin mit Main rein. Bombe down vor Haus. In der Main. Main nach außen. Main drinnen. Sehen nichts, ne? Da ist cool. Ganz cool. Bombe liegt vor Haus. Nicht zielen bitte, Jungs. Ich geh rum. Ich bin low gleich. Vielleicht jetzt gleich einmal. Ich bin grad noch blind. Warte. Ja. Ich sag euch, wenn er die Bombe hat. Ich geh als Erster rum. Ah ja, ist okay. Äh, der ist eh ganz low. Hat die Bombe. Kommst du? Go! Da liegt die Bombe. Ganz oben. Nein, der ist da hingegangen. Achso. Wette Posen. Mach mal Tixo, ja? Ich mach mit dir Tixo in der Backe. Ich geh als jede Runde zum Wesslern. Trouble. Ich werf von dort immer jetzt HE. Ist mir egal. Das ist ihre einzige Taktik. Rampe irgendwas machen. Ey, geht mit Bombe dahin. Außen ist fast nie einer. Nein, dann fragst du mal immer nur einer. Ist auch nie was. Man kann ja durch die Bombe machen. Also im Left im Spiel haben die Auslöge gespielt. Ganz low einer. Würmchen. Einer down. Rampenbomb drin. Warte. Zwei. Ich mach die Main. Ich bin ganz low. Ich guck mal, dass die nicht außen durch können. Main rein. Main rein. Hat 50 AP. Ganz low. Ach, guck mal. Gut. Tür rein. Geht nur Tür ab, ist unten in der Halle. Keats rüchte in Main. Warte, ich flash. Ich werde euch kommen. Beide, beide. Flash, flash, ruhig. Bin der Main. Der anderen Spot. Ah, die haben jetzt umgestellt, ne? Die werden jetzt schon mit Außen spielen. Einer bei Außen, ne? Ja. Ähm. Droppen. Haus Aggressiv gehen. Ähm. Main gehen. Der macht den Haus Aggressivspieler. Cat. Bleiben einer. Und wir gehen zur dritte Rampe, ja? Ich geh sofort zielen. Komm mit Rampe. Ihr dürft keine Damage fangen, wenn sie HAs werfen. Ja. Ich geh bei Schacht. Kann Main nicht rein? Nein, ist nix. Tür ist nix los. Tür ist nix los. Radio. Ey, das gibt's doch nicht, Mann. Ganz slow Rampenraum. 40 HP. Aber Jungs, den müsst ihr haben jetzt. Außen umgedeckt, ne? Im Rampenraum. Ganz viel hits. Ganz viel hits. Ja, freaking den Trocken. Ey, Leute. Er hat verschoben. Ey, redet mal. Box einer Down. Mann. Standard Leger. Ich hab zwei Flays. Willst du was probieren? Ah, du bist low. Warte, ich geh bei Main. Einer ist im Schacht. Main raus. Ey. Safe ruhig. Das nächste Mal, ihr pusht Rampe. Ihr pusht Vorraum. Dann ist die Runde auch gewonnen, ja? Kann einer legen? Ja, ich kann legen. Ich kauf selber dann. Leg für Tixo. Ich kauf auch selbst. Zu zweit beim Main gehen. HE ist im Vorraum. Wir lassen direkt zum Radio. Und grad haben sie die Tür aufgemacht und HE ist Main geworfen. Ja, dann lass die Main rein... äh, Tür reinwerfen. Hopp. Keiner eh. Ein Radio. Alter. Rampe vor, vorne, vorne. Einer tot. Vielleicht gegen. Mach. Vorraum ist noch was. Ja, Hit-Hit. Türraum. Türraum. Ich bin CT schacht. Ich bleche jetzt Rampe nochmal. Main tot. Tür drauf. Nice. Auf. Ja, ja, ja. Du Scheiß, der ist endlich schon wieder, Mann. Also Außen, worauf wir trotzdem nicht machen. Es hält nur nur eine Außen. Jaja, sag ich doch die ganze Zeit. Ja. Ja. Grad jemand hat aber die Runde geholt. Deswegen hab ich's gedacht. Bang, die eigentlich Cat? Nee, gar nicht. Dann versuch vom Cat bitte der Spieler auf Trampraum zu Bang einfach, ja? Ja, hab ich öfter gemacht, aber... No Hits. Nee, ich glaube nicht. Keine Ahnung. Hat er noch nie eingetötet. Außen, außen wieder ein Einziger, Mann. Ich mal im Radio, was? Ich geh vorher. Smoken, bangen. Jetzt hoffen, dass die Rampe reinkommen. Hit. Hits, hits, jetzt ganz viel. Noch mehr Hits. Eko. Ander Main tot, Eko. Einer Würmchen. Einer Garage mit Bombe tot. Würmchen. Ah, ich flipp gleich auf, ey. Da ist er. Exe. Da kommt der TX-Wer angerippt. Richtig pissig gespielt, ey. Kann einer anlegen. Ja. Kommt 12-3. Wo geht der außen immer hin? Der macht nicht. Der kommt Main auf dem Faked, aber den hat man eigentlich. Okay. Können eher noch mal Rampedruck machen, wenn du willst, David. Nee, 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 nee. Wir haben gerade eine Kontrolle. Okay. Oder ich laufe oben einfach mal durch. Ich droppe gar nicht mehr. Ich droppe mir überhaupt. Bang Radio. Der ist rechts. Aus dem 2, glaube ich. Ich bring jetzt Minikett. Der Antikett. Im Türraum ist einer drinnen. Da ist die ganze Zeit einer, ey. Nein, da ist nichts. Einer ist in der Box. Einer ist in der Box. Achtung, der kommt gleich raus. Wo will ich pushen? Wo ist einer? Oh fuck. In der Box, in der Box. Wieder rein, Box. Wo bist du, Tixo? Da ist ein Radio-Campter. Kommen die? An sein. Ich push jetzt an Rampe. Fick Smoke, Mann. Ja. Das war pett. Kommen eher Rampe? Nee. Beide im Vorraum. Box raus jetzt. Safe, safe. Ich hab genug. Einen Pech mit der Smoke, Mann. Wuschen. Ich hab in dem Moment gesmogt. Ja, also ich hab da nicht ein einziger Hay von euch bisher gesehen, ne? Ich werf dauernd, wenn ich main bin. Ich auch. Ich hab keine gesehen. Wir haben vor zwei Runden sogar zwei haas reingeworfen. Man Jungs, ihr müsst doch gar nichts gegen die machen. Lasst doch gar nicht diskutieren. Ihr verreckt halt immer irgendwo die Vorrennen. Ja. Also wir brauchen gar nichts gegen die machen, die raffen halt nichts. Wenn wir denen keine Reinrenn-Facts schenken. Ich find auch, dass wir eigentlich nichts machen müssen. Wir bangen die die ganze Zeit, ihr macht damage und wir machen damage, dann reicht's schon. Flash jetzt gleich Rampenraumtruppel. Au, außen geht's mal, glaube ich, zwei. Außen geht's mal, glaube ich, zwei. Der FAE-Radio. Du hast raus, Manu, ne? Jaja. Spenge. Miles ins Haus. Nice. Außen kann durch jetzt, ne? Einer. Geh weg! Außen will einer ins Arsch weg. Ich muss unbedingt nachladen. Schön, ich smoke nochmal main. Kampel kommt, glaube ich. Gleich gegen. Jo. Einer kann grad außen durchschleifen. So, ich fang jetzt, Rubi, du zielst, bitte. Er ist gesmoked, ich kann nicht gut zielen, ne? Ja, ich weiß. Einer war dunkles Eck. Ah, reload. Geht's aufs Haus, mach main. Ich hab jetzt ein bisschen unter Kette, ja? Von Leiter. Radio. Ich bring Radio. Ich glaub, der main ist zu, außen ist zurückgegangen, aber weiß ich nicht genau. Rampe Flash. Boah, ich bin blind. Rampe, kommt einer. Ja. 2, 3. Ich geh hoch wieder. Bombe Rampe. Beide. Das ist ein Witz. Noi, come on. Drei runter. Drei runter. Drei gehen verschiedene Seiten. Bommelitzer. Nice. Ey, die sind so blöde, dass die sich da immer anlegen gegen den Schachter. Ich leg eine. Oh nein. Nein. Du hattest 1-1, ich hatte 1-1, Manu. Ja. Aber wenn einer liegt. Und oben bleibts. Ja, wusste nicht, wie ich bin. Ja, Blinz, wie gesagt. Ach so. Ich kam dann wieder hoch. Ah ja, der war schon aggro. Geh main rein. Wir haben nicht so viel Geld jetzt, ne? Ja. Gnade rein. Bodo, Bodo, pass auf. Ich hol den. Bodo frei. Hits. Im Rampenraum, Grants werfen, bangen. Hits, 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 Hits. Der ist down, der ist down, das war der. Noch einer, kommt vor. Aber ich gehe gleich auf die Gister. Der hat die Waffe genommen. Außen kann gerade durchschleifen, ne? Main rein. Down. So, aber... Gerade wenn ich Smoke werfe, kommt der Main rein. Ja, ich habe ihn auch gerade gehört. Oh, ich brauche ein anderes Model. Geh mal kurz Rampe vorher. Kann einer von denen ein bisschen ablenken? Ja. 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 Ja ich mache auch einfach Bodo, aber ich gehe nur auf den leichten Weg. Ich gehe an die Tür, wenn's noch weiss. Außen ist nicht leise, einer außen. Man darf da nix riskieren, jetzt Rampe vor zwei. Main rein, wieder weg. Einer ist am Spot noch, einer ist am Spot noch heute, blind. Ich hab dich. Geh raus, raus. Oh, ein Cat. Fenja ist da durchgelaufen. Der Typ ist halt krass, man. Mit Abstand der im bester Spieler. Das Echo. 4 One-Shots. Ähm, wir spielen so einen Main-Split hier in der Echo. Drei außen, schleichen. Kurz, kurz warten, ja nicht sofort durchschleichen, sondern kurz warten. Geh vor rum mit Bombe. Komm mit vor rum. Wenn der Main reinkommt, renne ich mit Bombe Box raus, dass er vielleicht auf dem schießt, dann kriegt er den. Einer ist über der Box. Sind ready? Jo. Go. Mach die Tür auf. Alter, er steht da da. Oben, Cat. Ah, ich hol's doch. Schön. Im Fenster einer, und Tür. Schade. Nein, der Tür raus. Nein, der Tür raus. Ja, wir machen noch Neko. Oder kaufen. 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 Kaufen, kaufen. Kommen wir was. Geh ins. Tickst du, ähm, Boss? Du hast Equipped, ne? Ja, eine Flash. Du machst die Tür auf, ich booste euch, und dann, ja. Fireboost. Main. Ach, Mann. Dreckswaffe, ey. Main reingegangen. Einer am Spot in der Halle. Außen low. Na gut, wenn du mir helfen kannst, Manu. Ja, ich komm. Da geht's uns weg. Kurz nur wie Bang. Einer ist am Spot. Wo liegt denn deine Waffe, Boss? An der Tür, an der Tür davor, den holen wir die. Kann einer mir in Flashen? Ah, jetzt Garage. Unterleiter weg. Warte mal, ich fhe Box. Auf der Kiste, warte. Ja, ich mach Tür mal aufwand mal. Ja. Einer Box, einer Cat, ja. Anti. Anti. Anti ist tot. Noch eine Außeninale. Ja, aber Spot und Cat. Spot und Cat. Spot und Cat. Spot und Cat. Manu, du musst was machen. Ey, die sind fast zum Bahn. Ficken. Hätt ich nach AK, wär der auch tot bei mir. Wie bist du denn gestorben, Roman? Ich hab gezielt, also Tür aufgemacht, kam keiner. Ich hab gezielt, der kommt rein. Ich geb ihm einen Headshot mit der Galle und er schießt mich weg. Ah, okay. Wenn ich nach AK, ist er direkt tot und ich hab 100 AP, sag ich. Oder 90. Nicht. Ach. Goldig. Die spielen nach Spawns, oder? Ja, die spielen nach Spawns, wollte ich auch grad sagen. Die waren im Trailer, war halt grad. Der kam eben Main rein, ja? Mhm. Ob die nach Spawns den Halle-Wash aufhalten können? Ja, das haben wir besprochen. Ja, das haben wir besprochen. Ja, Rampe wird immer später sein. Ähm, wir werfen Grins Main, Roman, ja? Mhm, macht einfach. Heal einfach, ja? Du zielst, ja. Ja. Einer Kett durch. Alle drinnen. Boah, Rampe ist eigentlich gut angeschossen, Mann. Zwei sind Rampe jetzt. Ähm, Jungs hören. Ach, ich geh gleich außen. Noch mehr angeschossen. Rampe jetzt passiv spielen, Mannu. Passiv spielen, bitte. Ach, ich geh außen. Dann hausten Mini-Faken. Und ihr geht dann Rampe am Ende, ja? Jo. Also, überhaupt nichts riskieren beim Mini-Fake. Einer Main tot. Und pass auf, wir können Rampe vor. Du hast Haus, ne? Ja, ja. Wir können jetzt von der Rampe auf Kontext spüren. Ist okay, alles gut gedeckt. Ich geh jetzt Rampe langsam vor. Hab gerade gebangt. Ist auf der Rampe. Keinen gesehen, oder? Ich kann euch nicht helfen. Rampe vorne! Gut! Noch eine, noch eine. Komm, komm, nicht so langsam jetzt. Schacht. Zieht die Schacht. Ja, bleib einfach weg. Einer zieht die Schacht. Einer zieht die Schacht. Wir müssen immer da so Mini-Steps schreien. Na, wird Box, glaub ich. Unten im dunklen Eck. Rampe unten. Ey, aber gib mal da bitte Gas, Trubel. Nicht immer so Mini-Steps und stehen bleiben. Überhol dich halt als Dritter. Kann jemand legen? Da hab ich alles zum Werfen. Ähm, Trubel die Tür aufmachen und so weiter. Boosten gegen Cat-Bang und wir spielen im Grunde dieselbe Taktik noch einmal. Soll ich Main abziehen oder Cat? Ich, äh, will das für ein Mini-Hide-Rush-Arne-Fix eigentlich. Der Cat soll nur gehalten sein. Geh auf den Stein, Manu, gleich. Nachdem du geblankt hast. Ja, eine gedroppt. Main eine, in der Main. Hallo, was drin? Ja, ja, getroppt und in der Main eine. Ja, ich schaff den Jump gerade nicht. Ist okay. Ähm, ich brauch dich nicht. Bür ist noch auf und eingehen. Er ist da, ne? Ja, ja. Main rein jetzt. Bür ist offen, ja. Ja, ja. Übertrieben gut angesagt. Main kommt rein eigentlich. Kommt nicht rein. Dann ist er in der Main. Dann... Wenn ihr Grand stoppt. Wieder Rampe gehen. Ja, der ist auf der Kiste an der Rampe gehen. Kannst du mal von der Tür so eine Cat-Flash werfen? Hab keine mehr. Warte, ich geh nach außen nicht mehr. Ich geh nach außen nicht mehr rein. Warte, du bekommst in der Halle, ne? Ich bin blind. Jungs, könnt ihr mit Rampe kommen? Ja, ich komm gleich. Ja, gleiches dauert. Jetzt, ich bin da. Okay. Auf der Rampe. Rechts. Und auf der Rampe. Von hinten noch. Von hinten noch. Mit gebankt. Krampe hoch. Wollen wir halt rushen? Könnt ihr so einkaufen? Ja, dann hol ich die. Rennen einfach rein, ne? Jo. Ab geht's. Die pushen eh nicht von... Der Impaler ist ja immer Main gekommen bei dem Spawn. Der letzte Außen gehen, bitte. Irgendwann. Da wird einer für Main verantwortlich fehlen. Der dritte oder so, ja? Ja, ich mach's weiter. Ja, ich mach's weiter. Außen gesmoked. Main ist einer. Ja. Ja. Ich seh ihn nicht. Abbruch, Abbruch. Bin auch schon Main. Mal mit... Main ist schon lange rein. Lass ab, Manu. Erst mal was machen. Ich geh außen durch. Könnt ihr gleich Rampe gehen, bitte? 17. Nichts mehr machen jetzt. Manu. Manu, ich spiel nur noch DSM diese Runde. Einer unter Kett. Nichts mach, Manu. Tixo. Geh durch, Manu. Du kannst nicht so lang warten. Ja, ich schluss noch. Links, Links, Abbruchs. Links. Geh durch, die Rampe, komm 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 komm. Der ist recht. Töte ihn jetzt, Töte ihn jetzt. Boah. Dropp ich die Bongo. Warte mal. Nein. Was war, Manu? Du guck ich mal ehrlich. Komm, Manu. Deinem Satz war nicht gerafft. Er wurde die Schächte aufschießen. Er tötet alle. Ich hab mir gesehen. Ich kauf vorne. Ich könnte eine gebrauchen. Ich hab mir Spass ins Schacht drauf geschossen. Das war Reaktion. Beim zweiten auch? Ja, ja, ja. Den rechts habe ich gesehen. Ich habe da nichts gesehen. Gut, guten Monit hast du. Trubel, du spielst vielleicht Brudel. Keine Granaten. Du spielst Brudel. Das ist gut. Tixo, du gehst die ganze Runde bangen. Bombe. Deine Monitern bangen. Okay. Mach die Tür auf. Wir konzentrieren uns sehr schnell auf Rampe. Ruhe bitte. Ich bin bei dir. Komm, komm. Rampe durch. Findem Türraum. In der Main rein. Box rein. Jeder für sich spielen. Alter, willst du mich verarschen? Würmchen. Oh, ist zu schön. Eieieiei. Ey, du bist ein Schweizer. Bei dir klappt doch gerade alles ab hier, ne? Ey, ich ziele erstmal Main ab, wenn er reinkommt, habe ich den, naja. Ich werfe eh. Lass mal keiner essen, dann kommt er rein. Ich rush außen, ich rush außen. Lass mal zu zweit. Einer hilft mir und die anderen drei gehen einfach außen leise auf den Frack gegen den, wenn er nicht Main rein kommt. Wir unbedingt außen gehen. Ich geh außen. Ich helfe. Mach das aber zu dritt, ja. Einer gedroppt. Einer, der ist tot. Mainsplit. Schneller Mainsplit. Einer gedroppt. Einer ist am Spot auf jeden Fall. Soll ich nochmal Todi? Ich mach die Tür wieder auf jetzt. Trott ist tot, gut gut. Öhn. Rampelbank. Rampelbank. Rampelrampe. Letzter, keine Ahnung. Ich bin Rampe durch, ja. Main raus. Und ne Tero, Tero durch. Tero durch Main. Ich komm C, Tero. Grad durchgeschlecht. Tero. Tero. Gedeckt. Und einer Freestyle. Die ist in außen. Karpio. Wer von direkt AI Rampe, Truby. Ja, okay. Ich hab auch noch AI. Ich sag, die werden eh davor kommen. Ich hab die Box. Einer hat Truby, glaub ich. Ich hab schlechte Augen. Rampel vor. Flächen Radio. Ist im Schlauch. Down. Rampel. Noch einer vor. Box down. Hittet, Hittet, Hittet. Radio, Radio. Radio, der letzte. Ganz low. Ganz low im Radio. Nein, nein, der hat nicht. Der hat noch viel. Der hat noch viel. Okay. Dann hab ich keinen Schuss gehittet oder was? Guck mal, alle weg. Ja, ist vorbei. Die haben alle GG geschrieben, Heimsen.